erst mal gucken wir uns hier die schon berg an das sieht echt ganz cool aus erst mal zu dem ort gehen zu lower satelle satelle genau das ist die kleine stadt ja genau glaube ich auch was ist da ja ich gebe erst mal da gehen wir erst mal zur stadt ja willkommen mit der redemption aber das ich habe geschlagen ja ich weiß auch nicht oh mein gott ein geist der geist von der satelle name and number two potter mit der nitroxpress zu zielen ist echt eine herausforderung das ist aber nicht so viel munition nein überhaupt nicht Fuck house Ach post Auch hier ist drüben die Dings Die Kneipe Ah die Bar Die Bar Kneipe Saloon Saloon Ladies Saloon Drink Drinkery Das Geld Drüben Wir haben das jetzt gebrauchen 16 Juhu Ah ich hab mal 5 zu bekommen Da kann mir jemand sein Was trinken hier Heute Kann ich Ihnen was zu trinken am Tieten Wollen Sie was trinken Ja gerne Hier Bitte schön Oh ja sehr sehr schön Dankeschön Gerne 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 Oh mein Gott ist das schlicht Sehr gut Ja Hier ist so ein schönes Foto von der Band Ah ja 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 hier drin ist auch so ein Bossraum Schon krass Hast du das Foto auf dem Klavier gesehen Im Saloon darf nicht geschossen werden Geil Ah hier kommt man hoch Oh ein Pokertisch Warte ich geh in die Ecke Eine Runde spielen Also wir hatten hier die besten Karten Einer deckt auf Zwei Asse Das ist gefaked Ja 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 Mensch Ist sonst das Fernrohr dabei Sieben Kann die Karten nicht umdrehen Okay Wichtig Boah hier Biegen Tante Oh Lampen sind ja geil aus Das sind die wichtigen Sachen Ah ich weiß nicht Die Lampe sieht schon Ja sehr Wie kann man denn die Scheinwerfer Ich muss irgendwo ein Generator sein Mit drin sind Scheinwerfer auch Stimmt Das ist ja cool Man kann einfach durch die Türen durchgehen Ja das sind ja diese Saloon-Töne Ja genau Ja Saloon-Töne Wie geht's hier wieder runter Äh da Nein Gott Ich hab dort Spaß mit Türen Kreck hier Bam Obwohl Aber zu viel Ha Ja Dauerhaft geöffnet Oh wir haben noch ein Geschäft Geh wir da mal rein Aha aha Oh Genau weißt du Ja Kann ich Ihnen eine Verwendung Muster schon bieten Oh natürlich Dankeschön Gerne gerne Hier ist Geld Oh 22 20 Dollar 14 Oh Guck mal was der hier so im Regal stehen hat Da ist Munition Und hier ist der Ladenbesitzer Oh der Ladenbesitzer Ein schön eingerichtetes Schlafzimmer muss ich sagen Ja ja mir gefällt auch sehr diese Matratze Ja Die haben es mit diesen Gebogenen Matratzen Also irgendwie Scheint das dem Ich bin mir Ding zur Seite Healing Power Powder Aha Cold Metal Gold Cold Cold Discut and Cakes Sugar Ja stimmt Medizin Ja Wichtiger Laden Wichtiger Laden Schon wichtig dass wir uns hier so gucken Ja ja Was haben wir denn hier noch Was sind wir denn Im Viertel vor vier Übrigens Oh Ja okay Au Oder halb zwei Was sind hier noch drin Name at number two Undertaker Uiuiui Hey Mr Undertaker Sir Können Sie mir helfen Sir Ein anderer Tick Ach Gott Ja Was sind wir jetzt Wir haben doch schon mal drin War man noch nicht Und den Blacks Misch Store Fisch Store Haben wir auch Ja Was es Dafür gibt So kann ich ihnen ein Fisch anbieten Eine Fischfalle Vielleicht Ah ne Ne danke Dafür bin ich nicht so Keinen Fischfalle Na gut Haben sie eine Lampe für mich Leider Moment Ich Guck mal im Lager Nein Moment Kein Ding Ich warte hier so lange Ähm Lampen sind leider aus Ich kann ihnen aber eine Eine Fischfalle anbieten Aha Für die großen Wälde Ja 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 Wenn die durchschwimmen Dann schnapp die zu Ah ja Dann nehme ich die mal Okay Ich lege sie ihnen Hier auf den Boden Bitteschön Ah Dankeschön Verdammt Ich will die Lampe da drauf Laufen Achso Äh hier Nein Nein Doch nicht so Du musst dich doch vorher ausmachen Ja Ich brenne Laden nieder Ich hole die Versicherungsgeld zurück Oh das ist in Ordnung Oh guck mal da hängen Leute rum Die hängen dann schon ab Nee Nee Komm Komm Der war jetzt wirklich schlecht Das wird lauter leckerer als Enttäuschend Aber Geld hat er Dann ist doch okay Ah hier ist der Bahnhof Und irgendwie fetter Oh Ich hab den mal angelockt Oh das hat was fallen lassen Uh Nitratist Nitrile Mitrile 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 Das Mitrile Das Mitrile Gifting Hallo Ich steh zweimal time drauf Weil das mal die Gleichen Zeiten Wie Ach hier Also wenn er ankommen ist Man da abfährt oder Oder wann er kommen soll Und angekommen ist Das kommt aus Ah Wir haben Kurz vor zwölf Kurz vor zwölf Hat mich gerade eben noch kurz nach zwei oder Ja oder kurz vor dings Ist doch egal Oh da ist hier Oh da ist hier Wie ist Query Geh mal da mal hin oder Oh Das wird hier die 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 Bergbau Ding sein oder Die Hier Ja genau Moment was ist das Pottery Müssen wir da erstmal hin Oh Pottery Harry Pottery Da Daran musste ich auch grad denken Sir wo sind wir hier Ich suche den Pottery Sir Also mit dir redet er nicht Ach der mit dir Ja Guck mal Wie viel haben wir hier Fünf vor sieben Fünf vor sieben Fünf vor sieben Das sind ja unterschiedliche Zeitzonen glaube ich Ach so funktioniert das Oh was liegt denn hier rum Wind viel Terminus Ja wechsel mal noch die Laffe Boah Ach so hast du schon fast Keine Munition mehr Naja ich hab nur noch Einen Schuss gehabt Ja Boah die Biene sieht auch sehr Sehr groß aus Oh ja Oh schön bevor du musst hier Einen Ort für einen Punkt verteidigen Oder halt eine Trophäe Ja ihr könnt ja überall Gegner rum rumrennen Ja da gibt bestimmt Ecken Da kann man sich dann so drauf Packen Und dann ist man da irgendwie Weiß nicht Gut sichtbar Weiß nicht was es bringen soll Aber Gut sichtbar Kann man da oben drauf Das ist die Frage Das ist die Frage Das ist die Frage Das ist die Frage Okay Müssen wir erstmal versuchen da drauf zu kommen Ja Ja das wollte ich auch gleich probieren Aber Aber Ja Oh 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 Nein Ja nein Nein Ah fuck Ha Ja Oh aber Alles gut Alles gut Schon schön Muss ich den zum Bild genau angucken Wo bin ich hier Wo bin ich hier Boah ich hab grad nen Bug Also nen Lag Der Flammen aufgeht wenn ich vorne Hehehehe Oh Hehehehe Hehehehe Hast du es geschafft? Nein nein Hehehehe Hallo Hehehehe 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 Wie bist du denn da hochgekommen? Äh da ist ne Leiter Ne ich lauf außen rum Ah ok Hehehehe Oder hier ist ein Weg Ich bring noch ein paar Zombies mit Aber Alles klar Aussichtspunkt hier Aha 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 Die Lampen Hehehehe Ja Geil Hehehe 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 Schön hier oben Hehehe Ja Kann man bleiben Hehehe 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 Ok jetzt gehen wir mal da rein oder Hehehe 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 Hehehehe das sieht so aus als könnten wir doch jetzt einen Boss machen oh nein ich hoffe nicht Gepäck ok das was zum verteidigen wird auch schrecklich ich verwinkel das hier ne ne aber da geht es noch hoch und es geht noch runter ah ok 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 ja nein verdammt ah ok dann kann man draus schließen uns verteidigen ok alles klar das ist gut oh ganz runter gefallen vielleicht wenn man dann rechtzeitig auf die andere Seite springt nein nein ich habe eine Fischfalle für sie ah danke danke ich nehme sie später mit okay ich habe eine fischschaufel für sie ah dann lege ich hier mal noch eine fischschaufel hin sehr gut danke 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 so was guckt man dann als nächstes an darin der lauer seller der okt quasi noch weiter also aber die salle die die salle wenn du auf die karte guckst ist ja recht unten das lauer die saal und und über das aber die saal also dann aber so war das lauer sagt der land als vorteil jeweils noch norden zum first testimonial shirt zum den hier geht's raus ich habe eine fischfalle ich musste leider ich musste das ist halt eben auch kein fisch ja muss man sagen ist ja auch nicht ausgelöst die falle ein bisschen so farbenfroh aus oder viel zu freundlich gefällt mir nicht wo ist das land echte ah geil guck mal lauter mal von oben mal gucken und alle gator wein ist das erschrecklich was schon schön hier ja so so die anderen denken bestimmt auch dass die alleine sind ja ja kannst du ruhig machen oh daran läufst du einfach vorbei an wertvolle XP oh ja ich wollte dass den ich wollte die Ruhestätte nicht stören ah ok versteh schon oh hier ist ne Eigenschaft oh Kanalisierung was war das nochmal äh ich glaub das war entweder dass du über dass du andere wiederbeleben kannst mit der Schattensicht kann das sein ne 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 das ist äh du verbesserst immer kriegst immer ein bisschen Gesundheit dazu wenn du gute tötest ne das ist das ist cool wenn du welche mit Nahkampf tötest er verbessert deine Gesundheit indem du einen Hinweis oder ein Riss ah ok oder ein Kopfgeld aufsammelst ja ja ok oh ja richtig Wege oben drüber geil bist du denn schon wieder ah da da jetzt hoch hier auch hier sind ein paar Bretter so 1-2 stück halt ne jetzt nochmal ein paar Bretter alter die sind aber echt hochgestapelt die schlechte ey oh ich muss erstmal Gottesdienst halten hier oh hallo meine Angehörigen was wenn sie was zum Herr sagen wollen dann tun sie es nicht aggressiv mein Güte ich kann nicht mehr in aller Ruhe hier Gottesdienst vertragen ich muss noch ein bisschen Kirchengesangern danke danke da kommen auch Leute die zuhören möchten du bist jetzt eigentlich direkt dahinter ne aha aha es brennt Geld okay die Tore sind ganz cool das ist zu Krach machen und durchgehen aber ich finde das hier besser dass die Mauern so hoch sind nicht so wie bei ja dass man nicht so halb drüber gucken kann und so halb drüber schießen dann überall kannst du an allen Seiten wie sieht denn hier drin so aus oh guck mal das kennen wir jo ach da waren wir schon habe ich mal Urlaub gemacht ist ja auch ein Bosskampf also ein Boss drin er muss ja auch Kirche also ist ja auch ein Spot auf der Karte da geht es wieder ganz hoch okay mal gucken oh oh Gott ich brenne ja ich geh da mal ne oh war schön mit dir ich hab ein neues Todesbild meine Wirbelsäule ist scheinbar gebrochen und ich hab nur noch einen bei einen wie nur noch einen äh die anderen sind abgefuckert oben ach scheiße nein okay dann nicht mehr so viel Spaß im Halki nur noch ein bisschen nur noch so ein bisschen ne so ein Hyper kann er noch abbrennen nein ja schönes Feld das Bild häng ich mir auch immer an die Wand ja 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 schönes Feld ah hier ist schon besser paar Berge oh oder diese Briefe hier ne diese Zettel die finde ich schon sehr äh ja wichtige Texte drauf ja das sind alle Besucher notiert die letzten zwei Jahre die Kirche besucht haben ja ja gehen wir nochmal zu Upper Satelli genau zu Upper Satelli ja das hat's geil hin oh hier waren wir noch nicht drin wenn's hier auf reingeht ja bestimmt oh Pute geht uh ah ok ja ok aber was ist hier ah ja richtiges fest haben sie gefeiert hier der hat Gläschen zu viel gehabt ja der ja der der Teller ist auch zersprungen der muss ja richtig motiviert gewesen sein ja der ja das war ein richtiger Kopfschlag ja also die Kirchentscheunung also die Kirchentscheunung super nennt im 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 in im 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 Ich hätte doch einen Feuertipp. Und Hühner? Ja, der Feuertyp ist eine Silo. Hey! Ach, da waren auch noch Hunde. Ja, also einer zumindest. Oh, da haben wir wieder die Kirchenbesucher. Oh, ist er schon. Das sind nicht wirklich mehr geworden. Okay. Okay. Essen. Okay, dass ich Zubi sehe und das Feuer kein Laufen und dann sterbe. Ah, Geld. Gehen wir mal hier? Was ist immer in der General Store? Alles klar. Oh, da auch schon wieder. Hatte ich Ihnen heute was anbieten? Ich habe ein frisches Cook-Glas. Ah, dann nehme ich mal das Cook-Glas. Nur einen Besucher bitte. Gut. Da geht auch wieder. Alles klar. Lieber durchs Fenster. Hier gibt es aber auch jedem Scheiß Gebäude irgendwas was Musik spielt. Oh, hier die Uhren müssten mal gleich eingestellt werden. Hm. Hm. Aber die gehen ja ungefähr schon mal richtig. Zwei von drei, ja. Ja, hier sind ja Matratzen. Das ist der Besitzer. Ah. Ah ja. Das scheint, scheint einfach so ein Ding zu sein in dem Dorf hier. Weißt du? Mit dem Matratzen. Oh. Hey, ja. Das, ähm. Hm. Gehen wir mal. Hier, mach's. Hier, mach's. Hier, mach's. Mach's ein Althofen weg, oder? Ja. Wie viel haben wir noch? Fünf Minuten. Ja, gucken wir noch ein bisschen um und dann hauen wir ab. Auf jeden Fall. Da haben wir wieder ein Undertaker. Da. Ja. Unkos. Oh. Was haben wir denn Bier? Aha. Aha. Ganz wichtig, dass ihr überall diese Matratzen so steht. Ja, ja. Überall helfe. Aha. 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 Jetzt kommt, der will doch nicht sterben, oder? Wer steht denn in der Laterne so auf ne Matratze? Das ist schon. Das ist schon, ja. Ist schon hart. Ich gucke noch mal das Hauptgebäude ein bisschen an. Oh ja. Da ist noch ein Fischstore wieder. Natural Bank of the Salle. Aufsadelle. Aufsadelle. Uh. Das ist immer schick hier. Geil. Boah. Ah. Hier unten geht es auch noch. Oh. Da ist unten gestoppt ein Boss. Oh. Da sollte man nachladen hier. Oh. Hier ist ein Bossraum. Ja. Oder ist die Bank schon der Bossraum? Das kann natürlich auch sein. Oh. Ja. Kann natürlich auch sein. Ja. 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 Jetzt geht es wieder raus. Oh. Bist du auch? Oh. Ich hab dich mal angeschossen. Ja. So ein bisschen. Oh. Okay. Ich möchte noch ein paar Fischfreien hin. Ah. Gott. Hier mit den Treppen dann immer. Ja. Genau. Bestimmt ganz geil. Das ist ja witzig. Da war wohl ne Fischfalle. Da war wohl ne Fischfalle. Ja. Gott. Das Ding für immer nen Namen. Kann ich Ihnen einen Kredit anbieten? Äh. Ja. Natürlich. Hätte gern 19 Dollar. 19 Dollar. Ich kann Ihnen das Bündelpaket anbieten. Ah. Ja. Das Bündelpaket. Ähm. Ich hätt's gern. Abgespackt. Wollen wir tauschen? Also Sie können ein. Ich biete ein großes Bündel gegen ein kleines Bündel. Ah ja. Das ist natürlich. Alles klar? Alles klar. Gott. Das Geld ist mir hin. Es liegt draußen bereit. Okay. Ähm. Haben wir nen Ausgang? Oder warten wir bis die Zeit rum ist? Oh. Ich wird rausgehen. Ich. Wird rausgehen. Schaffen wir das noch? Äh. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Eine Minute dreißig. Ich. Oh. Oh. Dann. Da ist's. Ja. Ich bin fast tot. Oh. Okay. Das schaffen wir uns mal. Ja. Dann waren wir's alles. So schön Eigenschaften hier gefunden. Ja. Sei. Äh. Ich bin so die Kanäle. Ich bin so die ganze Zeit unter erschießen. Wo ist denn hier ein schöner Ort zum sterben? Oh. Der Undertaker. Oh ja. Nein. Der hat hier zu. Der Undertaker. Nein. Nein. Dann. In der Kneife. Gibt's in der Kneife? Als ob das Oberdorf hier keine Kneipe hat. Echt? Wie viel Zeit haben wir noch? Äh. 25 Sekunden. Da schafft man's nicht mehr. Ja. Da geht's zu Post. Hier oben liegt doch bestimmt irgendeine schöne Matratze, die ich. Ach hier ist jetzt keine Matratze drin. Das ist ja ein Mist. Ja dann. Stell mich mal ins Feuer und geh unter. Das war schön mit dir. Okay. Ich hab ein Standbild. Okay. Ich hab ein Ladebildschirm. Was haben wir denn vor uns? Äh. Heritage Pork. Hört sich doch schon wieder nach Schweinen an. Ja ist doch Schweine drauf. Da hin müssen wir. Da hin? Ja. Das ist ein Tor. Okay. Okay. Oh. Komm renn durchs Feuer. Ja. Äh. Ich hab auch voll spät angefangen zu brenn. Ich glaub irgendwie im Dach. Ah. Gut. Du bist schon. Ey. Hörst du auf mich anzuzünden? Komm her. Komm her. Nein. Geh weg. Nein. Oh. Geh weg mit einer der Fischfalle. Geh weg mit einer der Fischfalle. Oh mein Gott ey. Hahaha. Scheiße. Geweide ey. Oh. Komm rein. Ah. Hier ist der Boss. Bist du mich verarschen? Bist du mich verarschen? Oh. Oh. Hier ist der Boss. Wollen wir den machen? Joa. Joa. Ich glaub in jeder Karte gibt's irgendwas mit Schweinen, oder? Hahaha. Jaa. Aber nichts geht über Soldas. Soldas ist die einzigsteh- die einzigsteh- die einzigsteh- die an. He. also, ob es ein Stehne ist, soll das- schweine. He. 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 3 Dollar? 4 jetzt runter schon tief runter ich hab verfehlt geil ja ok uff alter die schweine an der Decke oh mein Gott das ist mir vorher noch nicht aufgefallen das ist ja wieder nicht alter Schwede was klingt die auch schon wenn er die anschließt ach schade ja dann Verbannung zu dual alter das ist echt interessante Lagerung ich weiß nicht ob das so gut ist na top aber es ist nicht groß hier der Bossbereich das ist fast ein großer Raum relativ klar ich hör was vor uns da war er draußen aber hättest du eine Axt draußen rum? der eine hat mich wir haben uns gegenseitig getötet das musst du erstmal schaffen sich gegenseitig mit Nahkampfwaffen töten nicht schlecht oh wo ist immer hier? oh schick die Pearl Plantation das sieht ja geil aus das sieht ja geil aus mal drangucken ganz schön dicht bewachsen hier also richtige Wälder irgendwie ja geil ich weiß nicht ob ich das so gut finde dass die Map hier so farbenfroh ist ich will hier runter gezogen werden und mich nicht freuen was soll denn der Scheiß hier? ich will deprimiert sein echte ey bruder du bist schuld das ist ja geil aus 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 mit mit Fischhangen verdient ja 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 ich dachte eigentlich durch den Anbau von ich weiß nicht was Romajan gebaut wird Perlen ja scheinbar oh hier ist Eigenschaft und zwar Geier was zum Geier oh wo ist das Klavier gewesen? direkt neben der Eigenschaft Tatsache Gott, wie konnte ich das übersehen? ich werde mir die Klavierspots merken das Haus ist wirklich cool Puckertisch und wer gewinnt diesmal? ja sieht sehr identisch aus muss ich sagen ah ja ha ich habe da hinten eine Tafel gesehen eine Tafel? ja ja das ist für dich wissenschaftlich sehr interessant ah ja ja mhm 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 bist wohl ein Fisch? oh Gott nein mhm 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 ... mhm mhm Hemm mhm c mhm mhm das flutieren ja ja so gut das schluchte trupp ich fassen würde ganz wichtig ich habe gekriegt gewafft und ein revolver waschen vielleicht ist das ja so schokolade und schokobrünnen ganz groß war im garten draußen weil die im garten bei wind und wetter möchte schokolade pliessen sehen das ist hier für häuser neben dran noch da kann ich mal hingehen kleiner ort einfach ok das ist nicht so das ist geschloss bringt aber es mit hab mich verloren wir gehen weiter nach westen ja für die hängenden schweine hier die 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 echt viele gebüsche und verstecken kann um erst mal zu pinkstone und dann nach norden wieder erst kann man machen das stimmt doch gar nicht wo ist denn die bienentante so das war ein großes stil was ein hinweis von dem seiten immer doch mit 50 dollar richtig wir noch ein hinweis hallo na guck mal da ist das hier gleich merken gleich werfen wir sind super nah direkt nebeneinander ok wo wird wohl der boss sein ich weiß es nicht Kasse kann sie nicht bedienen naja ja gut da oben sitzt der boss ne ja gut wollen wir da hin ja gehen wir da hin ok und jetzt sind wir gerade vorbeigelaufen bei den hängenden schweinen kann auch sein kann echt sein wir haben komische schüsse ja noch bei den hängenden schweinen ja den torbo kennen wir doch was fürn scheiß alles wiederverwertet ja 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 geilen oh da einer seite gehe ich rein oh ok wir sind nicht vorbeigelaufen gelaufen kommt man da oben drauf dass man da reinkommt natürlich hier ja hier drin wir müssen dass die mine die kingsnake mine dann müssen wir das nächste sind und ja Oh, ich glaube, ich bin ein Fisch. Ach, hier geht es doch noch runter. Ja, okay. Oh, okay. Ah, das ist ja geil hier unten. Okay. Sehr musikalisch, ja. Oh, das ist ja geil. Ja, zwei Schwerplattenspieler, zwei Klavier, vielleicht seit ich mir. Was ist das? Ja, das Gate ist schon wichtig. Ja, 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 ja. Ja, auch ein krasses Gebäude hier, dass man da komplett unten drunter so durchgehen kann, da oben drin, ist geil. Wie kommen wir jetzt hier hinter die... Warte. Ach, da. Ach, da. Ach, da. Und die Bieder. Auf, auf. Zu den Bären. Ach so, zu den Bären. Ja. Ich habe zu den Bären verstanden. Zu den Bären. Das auch. Kingsnake. Ah, da sind sie wieder mit ihren Helmen. Warte, ich hör's. Okay, wenn du die, äh, am Körper triffst, dann kannst du die killen. Und ich glaube, wenn du die am Kopf triffst, dann löst du diese, das Feuerhals aus. Hm, okay. Gott, wie das hier aussieht, ey. Oh, wie geht's denn da hin? Kohle, Kohle, Kohle. Die ist auch, gell? Ich komme. Aua. War gerade die Lackbar runter so. Gellell. Oh, mal kleine Fenster. Ist bestimmt ein Bug. Wir sollten uns das aufschreiben und mal melden. Ja, ja, genau. Fenster sind so klein. Ist hier unten. Ist hier oben rein und hier unten ist auch irgendwas. Hier unten ist nicht... Was ist das hier unten? Okay, hier ist nicht viel. Okay. Geh ruhig die Leiter runter. Ich halte den Rücken frei. Ich guck nach Gegnern. Alles gut. Ich bin da. Kommt man jetzt rein? Ach, da kommt man rein. Hä? Ach, hier rum. Ich bin da auch gerade rumgewackt. Warte, ich zünd die dann. Oh, hier ist er noch runter. Tausend Richter in hier. Warte. Oh Gott. Oh Gott. wir haben uns gehört generatoren alter nach oben wie das aussieht direkt sogar selber so gut sieht das aus ich will irgendwo drauf springen ja, nein, nein, geht nicht naja, ok nur von hier ja, verdammt das sieht aber geil aus ja, guck mal, wie ist das kleine Fenster das muss doch gehen ich hab's grad probiert, probieren wir nochmal aber hier gibt es relativ wenig generatoren stimmt, und wir haben es einfach noch nicht gefunden weil die gegende schon ziemlich verwinkelt sind also ich mein, wie viel Wege und Gebäude es hier grad gibt wo man reingehen kann oh, ich bin ein Fisch ja, ey, ist das jetzt jedes Mal, ok warte, warte, nicht töten ja, ich brauch ne Beerenfalle ja, genau ja, ich hab meine Fischfalle ne Fischfalle, ich bitte dich ja, sorry ich bin ein Fischfalle ach so und jetzt und jetzt ich kann ja jemand Köder, dass man die auslassen kann Köder draufschmeißen wir können drauf schießen da bist die auch drauf ja, aber da töten man vielleicht das Pferd das Pferd das Pferd muss nur einmal hochgehen Ja, ja. Ne. Ne. Glück abfährt. Du störst alleine einen anderen Tag. Aber die Mine kommt dann jetzt nicht direkt. Ja, ist ja hier. Oh, das ist eine Kasse. Und hier ist so ein Ding. Ah. Die haben wir schon mal gesehen im General Store. Was soll das denn sein? Ich weiß nicht. Sieht aus wie so eine Spritzung. Ja, man kann damit auch nicht interagieren oder so, ne? Ne, ne. Gut. Okay. Gehen wir mal wieder zu Moses, ne? Jo. Moses, willkommen. Guck mal hier über die Berge. Oh, okay. Na, guck mal, das ist doch ein schöner Ort für das Fernglass hier. Jo. Jo. Ja, da steht Silo. Aha. Man kann schon so weit ranzoomen, dass die... ...dass die Objekte gar nicht richtig geladen werden. Ja. Okay, man kann ja aber echt weit gucken hier oben drauf. Ja. Man kann echt weit ranzoomen, ey. Aha. 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 Oh Gott. Ja, ja. Schicke Pfeil im Gesicht. Oh Gott. Oh Gott, ich hab grad dein... ...dein Vierauge gesehen. Ja, ja. Ne, warte, tritt ich nochmal so? So? Ja, warte, warte. Warte. Perfekt. Perfekt. Okay, bei mir guckst du voll über mich drüber, aber egal. Ja, das ist ja das... ...so kann man das ja testen, wo... ...die Kamera sitzt und wo der Kopf eigentlich ist. Okay. Muss es? Da, ey. Da muss es sein. Ja, bei diesen matschigen Maisfeldern da unten. Ja. Ich hab' die Lampe getroffen. Keine Ahnung. Ja. Ja. Na, wie haben wir denn da? Und jetzt so, ah ja, ja, dann mal ein bisschen was, ne? Ein Fenster, aber normal groß. Ja, ich hatte kein Ei, oder was haben wir sonst noch mal ein Angebot? Oh, ich hab nur ein Ei. Ah, danke. Ne, ist mir zu scharf. Ah, okay. Ich hatte noch Inzetten. Die hängenden Schweine. Wo ist das Pult? Was soll das eigentlich sein? Nein, also. Hühnerstall. Oder? Viele Hühnerstall. Ja. Ja, okay. Könnte sein. Scheiben sind ja voll geil aus, wieder. Was halt auf der Scheune oben steht, ne? Ja, stimmt. Hier kann ich zum Hühnerstall sein. Ah, hier geht's wieder runter. Sehr gut. Ah, hier sind noch mehr Gitter. Ah, hier sind wir. Ah, hier sind wir. Okay. Okay. Ja. Ja, steil. Oh, ganz hoch. Hey. Einfach zum Klavier geht. Ja. Aber hier sieht man nicht viel, ganz oben. Aber du könntest halt den Raum unten beobachten. Ah, ja. Alles gut. Doch, hier. Hä? Ah, kurz rausgucken. Achso. Natürlich ist ja was zu Musik oben. Natürlich. Nein! Hat der Schaden das gemacht? Doch, ich mach dir schon auf den Sprung. Oh, 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 selber weg. Okay. Oh, dieses Dach kommt mir auch sehr bekannt vor. Ja. Hä? Na toll. Sehr schön. Ja, so muss das. Äh, Seven Sisters waren wir noch nicht, ja? Können wir mal hin? Nee, da waren wir noch nicht. Ja, können wir dann zu... Eiceland. Äh, Eiceland. Ja, genau. Auf zur Eiceland. Zum Eis... Zum Eisgefängnis. Genau. Fort Bolden. Ah, da waren wir vorhin. Ja, okay. Das Fort Bolden finde ich echt das schwierig, glaube ich. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich schwierig. Oh, da ist ein Schild. Und Raben. Alles gut. Willkommen in Seven Sisters Estate. Horse riding for all ages and other amusements. Geil. Okay. Der Chubber hat keine Lust, die Treppe runterzukommen. Hehehe. 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 Kürbisse! Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, man kann die... Mega cool. Hehehe. Hehehe. Warte. Okay. Ah, sorry. Die Bärnfall... äh, die Fischfalle. Die Fischfalle. Oh, hier. Oh. Ach, die verschwinden gar nicht. Ah, das kippelt ne... 2, 2, 10... Tony. Ah, das kippelt ne... Ah. Ah. Weil ich jetzt über den Kürbissen überrascht, dass das funktioniert. Warte. Ja, da! Da! Es ist grün, es ist grün. Geht das denn nicht? Ah, ah! Hm? 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 Ja! Oh mein Gott! Wie dumm ist das denn? Falls da mal ein Fisch drauf landen will! Erkennt sie nicht die Fischscheuchen für das Feld? Oh, ich glaub ich bin ein Fisch! Pfff! Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Nee, das geht nicht. Das ist schon relativ knapp. Nee, nee, das geht nicht. Oh, Mann! Das ist ein geklimpert. Okay, das ist ganz witzig, ne? Das ist doch ganz cool und schön, ja? Oh, hier ist das ganz cool. Was ist denn da? Oh, Köln. Oh, Köln. Hier so ein lang, so der Weg und so. Schön, Verzierung. Boah, das ist hier bestimmt so eine Rennstrecke oder sowas geben. Oder so, ja? Pferdekreis. Einen Tag da her? Was kann ich Ihnen da bieten? Oh, ich könnte die Pumpe rechts nehmen. Was? Hint durch. Ja, die Pumpe damit. Kann benutzen. Was soll ich denn hier benutzen? Oh, die Lampe. Achso. Hm, geil. Oh, Hüte. Oh, okay. Oh, okay. Aha. Also Scheunen haben die hier ja echt genug, ne? Da muss ich dir mal zustimmen. Oh. Eine Pferderennbahn. Oh, ja. Witzig, witzig. Da ist ein Pferd. Los, reite. Reite, geschwimmen. Hier, hopp. Los, los. Joop. Oh Gott. Hehehe. Ah, ah. Oh? Wo ist das so? Ja, da oben ist eine ganze Pause, ey. Ey, was? Ach, ne, doch nicht. Alles gut ist kein Pause, ey. Ist nur so ein... Ach, so ein Pavillon. Was noch ein Pferd? Mein Gott hier. Ach, deswegen auch Pferde reiten für alle. Alter und so weiter. Ja, okay. Ey, ist doch echt schön hier. Guck mal. Ja. Ja, doch. Ja, doch. Ja, doch. Ja, doch. Ja, doch. Zombies am Hintergrund ist ein bisschen nervig, aber hey. Kann ich alles haben. Nein. Nein. Wo wir gefeiert, aber diesmal hat es keine übertrieben. Ja, doch. Ja, doch. Ja, doch. Ja, doch. Ja, doch. Ja, das geht auch. Ja, dann gehen wir mal nach Osten. also als die noch mal? Nee, warte, da kommt noch mehr. Da ist noch was angelockt. So, mach das jetzt mal hier. Da hinten ist mir die Zunhutschen. Ach du Gott, das war's noch nicht. Komm, ey. Jetzt aber, oder? So, was hattest du gesagt? Waren wir schon bei Ash Creek Blombard? Blombard, ja. Nein, die Mitte haben wir eigentlich fast noch gar nicht. Na gut, dann würde ich vorstellen, dass wir zwischen die beiden Trophäen durchgehen. Ja, wir könnten jetzt zur Eisdiele dann die Mitte so ein bisschen, die drei Punkte. Ja. Und dann nach rechts oben rausgehen. Ja, rausgehen. Guck noch mal kurz mit den Trophäen vorbei und dann... Ja, oder so, genau. Auf zu Eisdiele. Auf, auf. Das kann nur durch ein Eis getoppt werden. Ist ihm egal, ist ihm egal. Ah, hier ist er echt hier schon. Schönes Flusslauf und so. Enden. Kleine Brücke. Ich dachte, wir spielen ja Hand. Ach so. Ah. Ich dachte, das wäre hier... Ich dachte, ich muss mal ein Farbfilter ändern. Einfach den Grauwert erhöhen auf meinem Monitor. Und die Farben einfach rausnehmen. Ja, das geht so gut hier. Ja, das ist mal oben auf dem Hügel drauf, ne? Das sieht jetzt erst mal relativ klein aus. Aha. Ist das, ob da ein Hinweis drin sein könnte? Hm. Hm? Ein bisschen auf die Tribüne. Oh. Versteckt. Da hängt wieder einer. Oh Gott. Hm? Ah, 20 Kilo auf jeder Seite. Ohoho. Hallo. Gibt's hier noch? Nein. Na? Hi. Oh, hier, guck mal. Kaputer Turm. Die Gefangenen aber viel Sprengstoff. Oh, wie sieht's denn hier aus? Ah, krass. Oh. Ich glaube, ich bin ein Fisch. Alter, Alter ey. Jetzt ziehst du aber durch. Nicht schlecht. Das ist es. Hier ist mir auch viel zu wenig Feuer irgendwie so, weißt du? Viel zu wenig Feuer. Ja, so fröhlich so. So alles brennen. Ja, so. Echt ätzend, ne? Ich fang das zähne. Aha. Geld. Oh, hier ist ein kaputte Turm. Okay. Oh. Klavier. Ich glaube, das ist in der Mitte echt der höchste Spot. Also, im Turm kann man echt fast über alles drüber gucken. Oh. Das ist ja krass. Geht? Ja, 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 ja. Hahaha. Nein! Oh. Nein! Oh. Ja. Ja. Oh mein Gott, wie hast du das jetzt geschafft? Ich bin ganz runtergefallen. Oh ja, deutlich schade. Ich habe mal erforscht, wie tief das ist. Es ist tief. Ah, ok. Der tief sah jetzt eigentlich gar nicht aus. Aber schon tief genug. Ja? Ja? Schon schick. Schick, schick. Mal gespannt, wie das so nachts dann ist, die Karte. Mal gespannt, wie das so nachts dann ist, die Karte. Wenn es mal Nacht wird, auf dem muss. Mit den 8% Wahrscheinlichkeit. Nein. Äh. Nordosten müssen wir. Hä? Jo. Hast du die XP oben geholt? XP? Neh, da oben noch. Da oben. Oh. Gott, war das schlecht. Oh. 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 Ich leuchte den Weg. Oh. Schick. Ist schon wieder so n' schöner Baum hier. Warte mal. Warte mal. Geht das? Geht das? Ne. Schick. Hat mich jetzt echt interessiert. Ja. Ab ins Wasser mit dir. Hüi. Plupp. 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 Fischerie. Da müsste es da Fischfallen geben ohne Ende. Oh. Oh Gott. Ja. Ist in Ordnung. Okay. Abgebranntes Gebäude. Ja. Komm der zu stört. Jo. Wie sieht das denn hier aus? Das Rohre. Ja. Dachte ich mir auch. Da schwimmen die Fische durch. Ja. So. funktioniert Fischfall. Ja. Okay. Sehr geil hier. Oh. Generator. Oh. Schick. Gell. zero. 2. 3. Einen. 6. 5. 5. 6. 10. Okay, wo kommst du jetzt her? Oh Gott. Nein, witz! Ähm, okay. Gut, aha. Das ist auch schon mal geklebt. Ja. Ja. Naja, wird's kommen. Was? Okay. Ich dachte, ich brenne jetzt. Da gibt's Fische und so. Ah, ja. Wo ist die Wuntenkante? Ja. Ah, das ist noch eine. Ah, deswegen waren das gerade zwei Schwärme. Müssen wir auf den Kunden warten. Kommt keiner. Sehr träge das Geschäft heute. Tut mir leid. Oh, ich bin leider leicht eingeschränkt. Ich habe das Feuer vor ihren Laden. Ja, das soll... Das soll die Kundschaft erleuchten. Für einen helleren Durchblick sorgen. Oh. Oh. Wo wird's denn hin? Aufzug. Wenn wir so... Ey. Ich muss einfach auf den Aufzug kein Seil. Ja, das stimmt. Ach, da passt die Animation scheinbar nicht. So passt's. Also das Seil geht einfach nicht mit runter. Genau. Magic hier. Warte mal, wer ist denn der Hersteller? Shady Willison. Fully Elevators. Na, die haben's drauf, ey. Er, Pulli Elevators. Ich finde... Für eine Fischfarm gibt's sehr wenige Fischfallen. Ja, muss ich aber auch zustimmen. Das, äh... Gibt's jetzt ja nicht. Ich hab's dann noch... Ja, dass man Fisch mit Rohr empfängt. Ah, da werden's durchgeleitet, wenigstens. Also... Ah. Ah, okay. Okay, ich nehm alles zurück. Ja. Ah, Mist. Na ja, dann find's nicht mal. Gott sei Dank. Was ist das denn hier mit Päddeln? Na, ha, scheiße. Ah, ha, ha. Wo gehen wir denn als nächstes hin? Äh... Äh... Nein! Weißt du... So richtig unauffällig, auch noch so. Lässt der sich lieber von Zombie schlagen? Ja, natürlich. Alter, was kommt denn da schon wieder alles? Ähm... Südosten... Zu first... Ne, da waren wir schon mal der Kirche. Oh. Da gehen wir zu Ash Creek und Lumber. Ja, genug dahin. Und dann... Ich glaube, Schipjahrt war man noch gar nicht, auch im Süden. Ups, 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 ja. Darren Schipjahrt. Über dem Ausgang, über dem südlichen Ausgang. Ah, ja, okay. Aber gut, ich glaube, das wird noch mit uns schon schwierig. Gehen wir noch zu Ash Creek Lumber, dann guckt man bei den Trophäen. Ah, hier, guck mal, das Getränkelager mit unetikettierten Flaschen. Oh, das sieht man noch was. Lemon. Essenz of Lemon. Aha. Also, davon haben sie jede Menge. Da steht gar nichts drauf. Ah, doch so, ah. Ja, das ist so ein... Schwierig zu sehen. Cool. Sehr gut. Ich hab schon geschmissen. Ich muss die Lampe vorher ausmachen, dann damit das Pferd abschmeißen. Eine Weggabelung. First, zum Asian Church, da waren wir nicht hin. Ash Creek Lumber. Da waren wir hin. Ja, dass man sich eigentlich an den Straßenschilden orientieren kann. Ja, das ist wirklich cool. Okay, Powerslight. Das Gebäude kommt mir so noch gar nicht bekannt vor. Also, beim anderen haben wir... Okay, ja, da haben sie... ...sich natürlich von alten Sachen sollte geholfen auch. Aber das kommt mir noch so richtig unbekannt vor, auch von der Bauart her. Ja, das... ha ha holz jede menge holz ja, holz ganz viel holz ja, ja, ja so, so Sägeblätter ah, guck mal, hier ist auch noch eins ja, genau alter, geil komm, Schöpchen, Schöpchen ist eine holzzufuhr ja okay okay das ist ja geil das dann funktioniert Boss, wir haben noch Riemen übrig das kann nicht sein wir brauchen mehr Riemen baut komplizierte Konstruktion das sieht ja witzig hier aus geil ich denk mir, du hattest damals nur irgendwie einen Dampfgenerator ja, ja, klar da muss es dann dieser Generator hat alles versorgt über eine Million Riemen aha 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 das das funktioniert oder das sowas halt früher auch mal wirklich funktioniert hat diese ganze Zuführung und so weiter ist schon irgendwie verrückt aha, hier ist Holz aha da oben der Bike brennt da musst du irgendwo vorher hin machen ja, auf der Bike okay, dann gehen wir mal, wo ist denn die Trophäen im Norden, gell? guck mal einfach mal hin für den hängenden Schwein für den hängenden Schwein scheinbar scheint da einer 8k zu sein aber da sind noch zwei Trophäen naja, aber eine ist ja rot noch ja, stimmt ja, stimmt entweder wartet der wirklich da, ob es einer vorbeikommt warum auch immer das im Test selber tun sollte aber ja, bis fünf Minuten vor Schluss ja, genau naja 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 ah ne ah ne oh ah hm ist er dann gestorben gut vielleicht war es noch andere spiele schon hatte hallo hängeln hängel schweine wie geht es euch das auslösen da muss man durchlaufen fast bis hin hängeln schwein gereicht schöne skulptur ausdauerspritzereien und los geht's wir müssen noch nordosten und lange verwendet da ist wieder die die dingsbums die black pearl also zu black ist sie aber gar nicht ist das du steckte jetzt immer ein papp filter drüber ja okay Oh, das ist der. Oh, ich hab's mir in dem Moment auch gedacht. Geh euch vor. Ja, ja. Oh, ich hab noch nicht mal mehr eine Zweitwaffe. Nicht schlecht. Ich hab noch ein Messer und ein Fernrohr. Dann hab ich jetzt in deine Brille. Du hast überlebt. Krass. Boah, war eine gute Runde, ne? Ja, das war... Wir kriegen einen Bonus-Zeitbonus, oder? So schnell wie das ging. なに? Ja. 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 In das wieder. Ja. Ja. Vielen Dank.